Nun Leute im Verein, wo kommt euch das? Freitagsabends, Freitagsabends, es geht eigentlich um nichts mehr. Wie viele Wuppertaler an euch glauben, an den WSV glauben. Der WSV ist größer als jeder Scheiß, der denen die Knie zwingen kann. Der WSV ist das unfassbare Herz. In Wuppertal, im Berghof und auf der deutschen Fußballkarte. Glaubt mir, zusammen mit diesem Eintritt, mit eurer Einstellung, mit eurem Bein und mit uns, können wir viel erreichen, auch nächstes in Ausbildung. Schau mal, das wir uns nicht machen.